Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich wieder für euch in der Warwolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Und zwar wollen wir uns hier dieses schicke Bienenmount anschauen. Das ist einmal die wütende Glutbiene und die gibt es über ein PvP Achievement. Das Achievement finden wir einmal unter Spieler gegen Spieler und dann haben wir das einmal unter Welt drin. Und hier haben wir den Erfolg Grobius Gebot und dafür müssen wir folgendes machen. Und dann schließt ihr unten aufgelisteten Welt-PVP-Erfolge ab. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns erstmal die Biene an und dann gucken wir uns die Achievements durch. Also das ist das schicke Ding. Das ist ein bisschen in Rot gehalten, wie ihr seht. Es gibt auch noch zwei andere Bienen. Eins hatte ich euch schon vorgestellt, ein Bienenmount. Und zwar das hier, das war ja im Endeffekt so ein bisschen das Rätselmount, wo man einfach Währung sammeln musste und abgeben konnte. Da hatte ich schon ein Video dazu gemacht. Und das, ähm, die andere ist dann glaube ich noch von der Rufraktion, ne. Also hier in Dornegal. Und das ist quasi jetzt die über das PvP Achievement. Genau. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Ist natürlich auch möglich, Drachenfliegen wieder damit zu verwenden. Ist bei der Biene jetzt, naja, ich glaube das normale Fliegen würde der besser stehen. Aber naja, mit dem Drachenfliegen sind wir natürlich schneller. Ja. Gut, jetzt gucken wir uns die Erfolge an. Die finden wir, wie gesagt, unter Spieler und dann Welt. Und hier haben wir, ähm, vier, fünf, sechs, sieben Erfolge. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns mal durch. Der erste Erfolg heißt Ungebundener Kampf. Und für diesen müssen wir folgendes machen. Wir müssen quasi World Quests abschließen. PvP World Quests. PvP World Quests könnt ihr in der War with In und auch in den allermeisten anderen Expansions nur machen, wenn ihr im War Mode seid. Den War Mode aktiviert ihr, indem ihr unter Talente reingeht und hier auf dieses Ding klickt. Jetzt tun wir ihn deaktivieren. Kriegsmodus deaktiviert. Kriegsmodus aktiviert. Dann sei der PvP geflaggt und außerhalb von Donegal kann euch die andere Fraktion angreifen. Und in PvP World Quests kann euch jeder angreifen, der nicht in eurer Gruppe ist. Also greift auch ein Allianzler an den Allianzler an und ein Hordler an den Hordler. Die PvP World Quests seht ihr auf der Map. Ich habe die jetzt heute mit dem Char schon alle gemacht. Aber ich habe da was vorbereitet, wie so in den schlechten Kochsendungen. Auf meinem Twink sind die nur offen. Seht ihr, hier ist zum Beispiel eine. Das sind immer mit diesen Schwertern markiert. Und da gibt es dann auch hier unter anderem PvP Gear. Es sind eigentlich immer zwei Stück ab. Manchmal ist es so, dass es irgendwie ein bisschen rumbackt und man nur eine sieht. Dann macht man die eine und dann, wenn man die eine abgeschlossen hat, sieht man die zweite. Es ist eigentlich in den meisten Fällen so, dass die beide in einem Gebiet sind. Also jetzt zum Beispiel hier, dann wahrscheinlich beide in der Insel von Dorn. Ab und an sind die auch in unterschiedlichen Gebieten. Aber meistens sind sie im selben. Und es sind, wie gesagt, sind quasi täglich immer zwei Stück da. Die sind auch nur für den einen Tag da und switchen dann wieder auf die nächsten. Also ihr könnt relativ schnell das Achievement vollkriegen, indem ihr jeden Tag die macht. Die könnt ihr auch, wie ihr seht, ich bin hier auf dem Stufe 70er Char. Die könnt ihr auch mit dem Stufe 70er Char machen. Aber, Obacht, das Gear ist trotzdem Stufe 80 und in der PvP World Quest kämpft jeder gegen jeden. Und da habt ihr mit dem Stufe 70er Char definitiv das Nachsehen. Wenn da keine anderen Spieler sind oder ihr versucht, denen auszuweichen, könnt ihr auch normale Mobs umhauen. Also man kann die auch komplett PvE'en, diese PvP World Quest. Man muss da keine Spieler töten. Da kann man auch Mobs immer töten, um den Balken quasi aufzufüllen. Gut, soviel dazu. Dann, wir können eigentlich gleich bei dem Twink die anderen Achievements weitergucken. Das bleibt sich gleich. Die sind ja eh alle Battle.net Account gebunden. Dann, das zweite ist ein Champion The War Within oder eine Champion Tour The War Within. Und das ist das gleiche in grün, bloß müsst ihr jetzt jede PvP World Quest zweimal machen. Also es gibt, glaube ich, acht Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also in jeder Zone zwei. Und die müsst ihr fünfmal machen. Ihr könnt die, wie gesagt, auch mit Twinks machen. Also wenn jetzt am ersten Tag die beiden hier ab sind, könnt ihr mit fünf Chars die machen und mit fünf Chars die. Dann habt ihr das direkt schon abgehakt. Also müsst ihr nicht warten, bis dann wieder die Rotation rum ist, sondern könnt die halt direkt mit mehreren Chars abarbeiten. Dann haben wir das nächste. Und zwar sind es eins, zwei, drei, vier Erfolge. Die heißen auch immer wie die Zonen. Insel von Dorn. Die schallenden Tiefen. Dann Heilsturz und Ashkahet. Und hier ist es eigentlich ziemlich basic. Ihr müsst einfach tausend Ehre in diesen Zonen holen. Das ist eigentlich eine relativ simple Sache. Worüber kriegt ihr Ehre? Naja, wenn ihr andere Spieler tötet, kriegt ihr Ehre. Das könnt ihr machen. Bringt aber relativ wenig. Oder wir machen eins der Sachen, die jetzt noch dazukommen, hier in den weiteren Erfolgen. Wir können nämlich unter anderem quasi Airdrops holen. Und diese Airdrops sind auch in einem Erfolg drin. Der hat jetzt zwar hier mit nichts zu tun, aber die sind auch quasi in den Welterfolgen drin. Und das empfehle ich euch. Und zwar, wo haben wir es? Hier, genau. Öffnet 25 Kisten mit Kriegsvorräten in der War of In, im Kriegsmodus. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Wie läuft das? Es fliegen alle 18 Minuten im War-Modus so ein Flugzeug drüber. Das wird auf der Map und das lässt dann eine Kiste runter. Horde und Allianz kloppen sich um die Kiste. Und derjenige, der die umwandelt, kann die looten. Da sind 150 Ehre pro Kiste drin. Alle 18 Minuten ist relativ regelmäßig. Und manchmal ist es auch so, ihr fliegt da schnell hin, da ist keiner. Ihr klickt die Kiste an, wandelt die um und könnt die einfach looten. Also darüber geht es eigentlich wesentlich schneller, als wenn ihr jetzt einfach Leute umklopft. Und die andere Alternative ist, ab und an werden Leute quasi Kopf... Also kriegen Leute ein Kopfgeld auf sich ausgesetzt. Da gibt es auch wiederum ein Achievement hier. Und da müsst ihr halt dann einfach schauen, dass ihr diese Leute tötet. Und die geben dann ein kleines Säckchen, droppen die. Und da kriegt ihr auch 150 Ehre. Also das sind eigentlich diese Punkte, die am meisten Ehre bringen. Dafür gab es, glaube ich, jetzt auch nochmal ein Achievement, dass man in jeder Zone ein Kopfgeld umhaut. Also wenn ihr da möglichst effizient alle Erfolge machen wollt und nicht nur das Mount Achievement, dann könnt ihr die miteinander kombinieren. Und wenn ihr die anderen Erfolge macht, dann... Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in jeder Zone sechs Kopfgelder holt, dann habt ihr es eh schon fast drin. Oder sechsmal die Airdrops. Also so viel dazu. Genau. Oder ihr haut einfach Spieler um, das ist euch überlassen. Und das Letzte, was wir jetzt noch haben, ist Zündender Kampf. Und für Zündender Kampf müsst ihr 20 Mal die Daily Quest oder die Weekly Quest ist es, Funken des Krieges holen und abschließen. Und das ist einfach eine Weekly Quest, die ihr in Donnegal auf den Koordinaten 58, 75 holen könnt. Und das kann ich jetzt euch auch hier mit dem Twink gleich zeigen. Die geht auch mit Stufe 70. Und da müsst ihr einfach 100 Funken des Krieges sammeln. Das ist immer in einer anderen Zone. Hier ist zum Beispiel Heilsturz. Und die Funken kriegt ihr von anderen Spielern, wenn ihr sie tötet. Relativ wenig tatsächlich. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, andere Spieler zu töten. Was ich immer mache, auch mit den Low Twinks, die gar kein Gear haben, einfach Kisten aufmachen. Eine Kiste bringt fünf Funken. Ihr macht 20 Kisten auf. Das habt ihr relativ zügig in den Zonen. Da sind auch diese Erdhaufen, die ihr aufwühlen könnt, wo teilweise drei Stück hintereinander liegen. Da sind immer fünf Dinger drin. 20 von den Teilen aufmachen, Quest fertig, abgeben, nächster Char. Also ihr könnt das auch, wenn dann macht das mit einem Char 20 Wochen hintereinander. Oder ihr nehmt mehrere Chars und dann könnt ihr auch mit 20 Chars das in einer Woche machen. Und dann habt ihr es auch fertig. Also das ist quasi da ein bisschen euch überlassen, wie hardcore ihr das fahren wollt. Ich kombiniere das mit den Berufs-Chars, denn Berufswissen droppt ja teilweise auch aus den Kisten raus. Und dann kann man das gleich schön miteinander kombinieren. Also so habe ich das zumindest gemacht. Genau. Und damit haben wir dann alle Erfolge. Also quasi fünfmal alle Worldquests machen. In jeder Zone tausend Ehre holen. Und die PvP Weekly 20 mal abschließen. Und dann habt ihr quasi euer Mount. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Das, was am längsten Time gated ist, sind quasi die PvP-Worldquests. Manchmal ist dann eine irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Tage nicht. Die haben keine feste Rotation, die sind ein bisschen random. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr die am besten täglich mehr abklappert. Und sonst ist das eigentlich ein relativ einfaches Achievement. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarben. Und dann vielleicht auch mit eurer schicken Biene. Und wenn sonst noch Fragen offen geblieben sind, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.